... sehr kräftige Lungen. Bis zu diesen Tiefseeschloten muss man nämlich ganz schön weit hinunter tauchen. Eine Überraschung für mich. Warum das denn? Du bist doch so ein Tiefseefeld. Und jetzt kannst du dir die Tiefsee ins Wohnzimmer holen. Bitte sehr. Deine eigene Tiefseeschlote. Danke mal. Die schwarze Raucher. Aber du musst ja eigentlich Wasser rauskuchen. Ja. Ja gut, aber...